Das Qualivo Sortiment Qualivo Premium Fleisch steht als Gütesiegel für beste Qualität, höchsten Genuss und artgerechte Tierhaltung. Aber welche Produkte gibt es überhaupt? Qualivo hat Kälber, Rinder und Schweine, Fleisch, Wurst und sogar SB-Ware. Alle Produkte eint die gleichbleibende Premium Qualität und die Natürlichkeit sowie die Ursprünglichkeit im Geschmack. So gibt es vom Braten bis zum Kotelett, vom Ragout bis zur Haxe, vom Gulasch bis zum Filetsteak alles, was den Gaumen erfreut. Qualivo bietet nicht nur Edelteile, sondern auch andere genussvolle Teilstücke an. Durch eine hervorragende Marmorierung und intramuskuläres Fett bleibt das Fleisch auch während der Zubereitung saftig und zart. Bei Wurstwaren reicht das Sortiment vom Schinken zur Liona, von der Bratwurst bis hin zur Salami. Qualivo Premium Fleisch zeichnet sich durch hervorragenden Geschmack, Zartheit und ein hohes Bewusstsein an Individualität, Regionalität und Nachhaltigkeit aus.